Eine Eistorte wäre eine bessere Idee. Es ist heute sehr warm. Wisst ihr, so sehen die Leute. Im Winter regen sie sich auf, dass es zu kalt ist und jetzt regen sie sich auf, dass es zu heiß ist. Also mir ist zu warm. Du bist wie eine grumpy old lady. Vielleicht liegt es daran, dass wir einfach durchs ganze Haus geflitzt sind und alle Dekorationsdinge, Süßigkeitendinge, Verzierungs-Sachen zusammengesucht haben, die wir finden können. Absolut alles steht jetzt hier. Alles. Hallo ihr Lieben, wir haben heute ein neues Video für euch. Aber das ist nicht einfach nur irgendein Video. Das ist ein super mega over-überspecial Video. Wir haben eine mega besondere, coole, riesengroße Ankündigung für euch. Und es ist ein BFF-Battle. Und es hat mit Torten zu tun. Sag mir mal drei coole Sachen, die heute passieren könnten. Gibt es nicht. Es ist ein Ankündigungs-BFF-Tortel. BFF-Tortel habe ich ja schon mal so in die Runde geworfen. Aber es hat sich noch nicht durchgesetzt. Gebe nicht auf. Hat nicht so funktioniert. Heute wird es nicht so ein BFF-Torten-Battle sein, wie ihr es kennt. BFF-Tortel? Wir machen etwas ganz Neues daraus, was noch nie da war. Wir machen eine Wendetorte. Das habt ihr noch nicht gehört, weil sowas nicht existiert. Wir machen das heute. Und wisst ihr, wie wir drauf gekommen sind? Habt ihr denn schon mal was von einem Wendebuch gehört? Haben wir das erfunden? Sind wir Erfinder? Wie immer gibt es ganz ein paar Detektive unter euch, die vielleicht schon wieder Bescheid wissen. Jetzt für alle. Jetzt noch mal zum Mitschreiben. Wir haben ein neues Buch, das bald erhältlich sein wird. Und weil wir die ganze Zeit vom Wenden reden. Ja, es ist ein Wendebuch mit zweimal einem eigenen Cover, einem eigenen Inhalt, einfach zum Wenden. Das sind zwei Bücher in einem. Oh, super special. Ihr wisst ja, unsere Bücher haben immer so einen Farbschnitt. Die Seiten hier sind immer eingefärbt. Und diesmal haben sie einen Farberlauf. Wegen Wenden und so. Das Buch heißt Mein perfekter Frühling und mein perfekter Sommer. Und wie man da einfach schon raushören kann, es geht um die Jahreszeit. Es geht darum, das Ganze so zu zelebrieren. Ihr dürft mitmachen. Es ist natürlich wieder ein Mitmachbuch. Unser Ziel war es, dass es wirklich euer perfekter Frühling und euer perfekter Sommer wird. Und alles, was da drin ist, soll euch in Frühlings- oder Sommerstimmung bringen. Ihr könnt auch ganz viele Erinnerungen drinnen sammeln, Aufgaben lösen. Es ist Inspiration drin. Ganz viel Kreatives zum Eintragen. Und wie immer sind auch Rezepte und DIYs drin. Kleine Spiele und Listen. Und alles, was ihr einfach so liebt. Perfekt zum perfekten Frühling und dann später zum perfekten Sommer. Der Stil und das Innere ist natürlich, wie ihr es von Spring in der Spitze kennt. Oh, wie viele Aufgaben? 85 pro Jahreszeit. Das heißt, ihr habt wieder jede Menge zu tun. Am Anfang von jeder Jahreszeit gibt es sogar eine Checkliste, wo ihr später abhaken könnt, welche Aufgaben ihr schon erledigt habt. Ich finde, das ist immer ein richtig gutes Gefühl, wenn man einfach so vorankommt. Ich bin ja mal gespannt, wer als allererstes alle Aufgaben vom Frühling fertig haben wird. Crazy. Mein perfekter Frühling, mein perfekter Sommer erscheint am 26. Februar. Schon ganz, ganz bald. Notiert euch das unbedingt rund im Kalender oder stellt euch eine Erinnerung. Wie immer wird es auch dieses Buch in jeder Buchhandlung geben. Und wenn die Buchhandlung bei euch um die Ecke das Buch nicht lagernd hat, könnt ihr einfach nachfragen. Und dann könnt ihr das für euch bestellen. Oder ihr bestellt es einfach online. Da verlinken wir es euch natürlich in der Infobank. Ihr könnt das Buch auch jetzt schon vorbestellen. Da bekommt ihr es pünktlich. Vielleicht auch sogar schon ein paar Tage früher. Dieses Thema wird unser heutiges BFF-Battle. Aufgabenthema sein. Wir machen eine Wendetorte mit dem Thema Frühling und Sommer. Wie immer haben wir für unsere zweiten Videos auch schon ein bisschen vorbereitet. Ein bisschen gebacken und gekocht. Wir waren schon in der Küche. Wir sind wieder fleißig am Vorbereiten. Das ist eine wunderschöne fliederfarbene Tartencreme. Farbe Nummer 2 wollen wir aus Blau und aus Grün mischen. Und eigentlich soll das Endergebnis hier wie diese Schüssel aussehen. Ich glaube, wir es hinbekommen. Blau ist es schon mal. Ich habe keine Ahnung, misst man überhaupt so türkis? Blau und Grün, das ist bestimmt ein Fehler. Und sonst kommt gleich Braun raus oder so. Bitte nicht Braun. Also spannend. Gar nicht so schlecht. Perfekt. Die Torten warten schon. Klein und groß. Es wird eine zweistöckige Torte. Wir machen keine halben Sachen. Und jetzt muss ich das irgendwie hier ganz vorsichtig rüber manövrieren. In die Mitte, in die Mitte. Soll ich eine Wasserwaage holen? Eine Wasserwaage kann doch nicht die Mitte ausrechnen. Keine Panik, keine Panik. Irgendwie kann man nichts mehr justieren. Oh nein, es klebt. Ich hätte hier eine Wasserwaage. Ich brauche keine Wasserwaage. Brauchen wir zufällig dieses Teil? Habe ich gerade wieder gefunden. Du hast einfach einen Knall. Wir backen gerade Kuchen. Hallo, schalter dich ein. Das Teil geht überhaupt nicht. Oh, kann ich ausmessen, wie weit diese Wand hier entfernt ist? 2 Meter und 72 Zentimeter. Aber die wichtige Frage ist, wie weit ist die Torte entfernt? Nur 51 Zentimeter. Wer macht Sommer, wer macht Frühling? Willst du irgendwas lieber? Wir müssen Zettel ziehen. Zettel, ich brauche Zettel. Wir ziehen Ananas. Das steht für Sommer und das steht für Frühling. Sie schummelt. Die einfach eins. Ich weiß nicht mehr, wo was ist. Die Hand bitte. Sommer. Das ist Frühling. Das ist Frühling. Das ist Sommer. Ups. Ich mache Sommer. Willst du tauschen? Ja. Echt? Ich mache Sommer. So, stopp. Das Universum hat entschieden. Und ihr dürft wie immer entscheiden, wer hat es besser gemacht? Unbedingt bis zum Ende anschauen und dann kommentieren. Entweder Hashtag Team Sarina. Dann seid ihr für mich und meine Frühlingstorte. Und wenn ihr findet, meine Sommertorte ist schön, dann müsst ihr am Ende auf jeden Fall Hashtag Team Vicky in die Kommentare schreiben. Fangen wir endlich an. Wir haben natürlich farblich passende Fondos. Gelb für Sommer und rosa für Frühling. Jetzt kommt wieder die harte Muskelarbeit und man muss das Ganze kneten. Es nimmt Form an. Flacke Form. Und wem von euch ist zufällig jetzt schon aufgefallen, dass ich eine neue Brille habe? An alle, die es bemerkt haben. Wow. Ich hätte es selbst auch nicht bemerkt. Ähm. Ich übergebe Ihnen hier von da. Eindecken dürfen Sie selbst. Ist das meine Hälfte? Wo ist deine Hälfte? Hier bei mir. Rein? Allzeit bereit. Ist das die Mitte? Äh. Darfst keine Falte machen? Oh, Falte, Falte. Hilfe, Hilfe. Oh, die erste Hälfte ist schon bedeckt. Wow. Alle kleinen Makel können wir mit Dekoration übertünchen. Kein Problem. Oh, hier, hier, hier ist Schokolade. Oh nein. Wow, guck mal, die ganze Schokos geht mit. Wir ziehen das so ein bisschen. Ähm. Der muss doch noch suchen. Die Farbe kommen, die gefällt mir schon. Hat es schon Ähnlichkeit? Äh, ja, Ultra. Ich lasse übrigens mein Schleier dran. Vielleicht. Erstmal. Man muss sich langsam vortasten. Ansonsten überfällt einem der Löwe von hinten. Was ist das für ein Sprichwort? Na, wenn das mal nicht eine gute Grundausstattung ist. Alle Blumenarten dieser Erde. Ananas. Oh, wir haben sogar Flamingos. Und natürlich Streusel, Streusel, Streusel. Gold Spray. Zuckerwatte. Diese Teile sind mega cool. Wir haben sie noch nie ausprobiert. Also hoffentlich funktionieren sie. Das sind Buchstaben. Wer die coolen Sachen zuerst hat, bekommt sie auch. Dann nehme ich den Rest. War alles nur Spaß. Wir teilen fair. Mir gehört der Sommer. Nein, der Frühling. Oh Mann, mir gehört der Frühling. Am Ende haben wir hier eine Sommer-Sommer-Wendetorte. Upsi. Ich beginne einfach mal mit Schadensbegrenzung. Ich habe hier nämlich so ein paar Löcher, an denen ich selbst schuld bin. Und die muss ich jetzt mal verdecken. Wollen wir das ausprobieren? Oh ja. Mit pink oder mit grün? Wir müssen schreiben... Frühling, Sommer. Brüder, Tüte. Das sind aber sehr viele Buchstaben. V-S oder F-S? F-S steht für... Frühling, Sommer. Und klappt das? Weiß es noch nicht so ganz. Äh. Stupsi schaden wir. Äh. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Was? Was soll ich jetzt mit der machen? Oh krass. Man kann voll gut drauf zeichnen. Schaut mal. Grüner Strich. Äh, wo lebst du? In was für einer Traumwelt? Wo lebst du denn? Habe ich euch schon mein Motto für meine Tortenhälfte verraten? Neben Sommer. Mehr ist mehr. Ich werde alles draufknallen an Deko. Es wird sowas von überladen. Oh ja. Oh nein, jetzt ist der Strich schief geworden. Natürlicher Klebstoff. Bombe. Schaut mal, was wir hier haben. So Blätterstanzer. Hoffentlich funktioniert es besser als die Buchstaben. Der erste Blattstanzversuch. Einmal so. Oh, und drücken muss man auch noch. Oh, da ist es. Cool. So gut. Richtig schön geworden. Magst du es haben? Ich würde dir mein erstes Blatt schenken. Oh, danke schön. Es ist auch dünn. Diese Teile, die sind ja richtig cool. Äh, wo tue ich jetzt hin? Oh, wie niedlich. Ich mache hier so eine Sumsi-Spur. Sum, 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 Sum. Außerdem haben wir noch eine Überraschung für euch. Wir werden ein paar der Bücher signieren und verlosen. Erst mal gucken, dass keine Torte mehr draufkommt. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr das gewinnen könnt, schaut auf unseren Instagram-Accounts vorbei. Da kommt vielleicht am Freitag eine Verlosen. Nicht nur vielleicht, ganz sicher. Oh nein, oh Mist. Fehler, Fehler, Rückzug. Geht wieder weg, ihr Einhörner. Zuckerwatte. Nicht dein Ernst. Das Schwierigste dran ist es jetzt, es nicht aufzuessen. Okay. Nein. Jetzt dürfen die Einhörner. Das ist ein Wäldchenparadies. Oh, mein Einhörner, es fällt, es fällt. Hilfe. Bleiben Sie stehen. Hufe hoch. Was ist denn das für ein Omen? Es sind einfach die richtigen Farben an Schokolinsen, passend zur Torte rausgekommen. Aber ich esse sie jetzt. Korrekt wäre es wahrscheinlich, diese Farben aufzuheben. Zur Dekoration, aber ich habe jetzt Hunger. Es fühlt sich so an, als würden gerade so die letzten Minuten anbrechen. Als wären wir irgendwie so bei so einem Wettbewerb. Der Countdown läuft. Nein. Hier wird gestreuselt. Klebe die Palmen an. Okay, jetzt rastest du gerade völlig aus. Ich glaube, der ganze Boden ist schon voller Streusel. Mehr als auf der Torte. Ich habe hier noch eine riesengroße freie Fläche. Was soll dahin? Natürlich darf ein leckeres Soft-Eis im Sommer nicht fehlen. Der sieht voll echt aus. Wie klebe ich das denn jetzt fest? Du kannst ein Stück abschneiden, dann passt es besser dran. Sie macht es wirklich. Oh, wie niedlich. Hey Gott, ist da noch ein Special Effect geplant? Special Effect? Oh, Special Effect. Feuer holen. Lauf! Ja! Komm an! Du hast so lange gebraucht, was die ganze Rolle ist leer. Die war vorher schon leer. Ich habe mir gedacht, dass es sich um einen Geburtstag handelt. Ein Buchgeburtstag. Unser neues Wendebuch hat heute seinen ersten... Ne, noch nicht heute. Am Freitag seinen ersten... Nein, nicht seinen ersten Geburtstag. Das ist der Geburtsgeburtstag. Hoffentlich fackelt nicht die Zuckerwarte ab. Habt ihr gute Sicht? Was singen wir? Happy Book Day! Happy Book Day to us! Happy Book Day! Hey, liebes Wendebuch! Happy Book Day to us! Woo! Eins, zwei, drei! Yay! Hast du dir was gewünscht? Man darf es nicht sagen, aber vielleicht könnt ihr euch ja denken. Ich sage es nicht! Verpasst also auf gar keinen Fall den 26. Februar ab. Da könnt ihr das Wendebuch erhalten. Wir hoffen, wir finden es genauso toll wie wir. Wir haben ganz, ganz viel Liebe reingesteckt. Und wir freuen uns so drauf, was ihr dazu sagen würdet. Und wir sind auch nervös. Endlich fertig. Es ist perfekt. Wir lassen es so. Liebe Leute, haltet euch fest. Das ist die Wende-Torte. Seid es Sommer. Gemacht von Vicky. Also schreibt gerne Team Vicky, wenn ihr das so wunderschön findet wie ich. Hallo, ich habe hier ein Soft-Eis. Ich habe hier ein Soft-Eis, liebe Leute. Voll süßig abstellen. Hallo, das ist ein Wolken-Traum-Zuckerwatteparadies. Danke an jeden einzelnen Abonnenten da draußen in der VickySarina-Farm. Wir sind richtig froh, dass es euch gibt. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hm, yummy, yummy, yummy. Der Sommerteil ist meins. Klappig.